Wenn die Welpen hier zum Spielen sind, nach den Bürsten und zwischendurch, sind Schoßkämpfe deren liebste Beschäftigung. Die Hündin im Hintergrund, die möchte lieber pennen. Aber das ist halt so mit Kindern, die spielen, wenn sie spielen und dann wird gekuschelt. Wenn die Welpen so menschbezogen und nah am Menschen aufwachsen und das so kennenlernen, dann sind sie natürlich nachher auch ganz anders, wie wenn sie ordentlich und sauber weggesperrt in einem Welpenstall groß werden. Aber das hat natürlich den Nachteil, dass es entsprechend dreckig ist und die Stubenreinheit, die wird überall geübt. Sehr zur Freude oder nicht Freude des Züchters. Und es gibt genug Menschen, die sich dann darüber mokieren. Leider.